Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video über mich, denn ich habe tatsächlich mit dem YouTube-Account 6000 Abonnenten hinbekommen. Wie geil ist das denn bitte? Aber Leute, erwartet jetzt hier nicht, dass ich singe oder tanze. So weit sind wir noch nicht. Aber Leute, ich dachte mir schon, okay, 6000 ist jetzt nicht die berühmte Marke, die man knackt, aber ist schon cool. Deswegen dachte ich, ja, komm, mach mal ein kleines Mini-Abo-Special. Und zwar ist es hier in dieser Form einfach ein Mini-Give-Away. Was, ja, was verlose ich denn eigentlich? Naja, Leute, ich verlose hier tatsächlich euren Account, beziehungsweise ich verlose ein Account-Boosting. Ich bringe euren Account auf Level 120, gebe euch 20 Millionen GTA-Dollar und Leute, ich gebe euch auch 20 gemoddete Fahrzeuge von mir. Und das Beste, Leute, falls ihr gewinnt, könnt ihr euch sogar aussuchen, welche Fahrzeuge ihr möchtet. Wie geil ist das denn, bitteschön? Aber gut, Leute, was sind denn hier die Regeln, damit ihr mitmachen könnt? Also erstens, Leute, ihr müsst natürlich PlayStation-Spieler sein für PC oder Xbox. Sorry? Ich kann's halt nicht, ne? Ich kann halt nur auf der PlayStation. Deswegen seid ihr in diesem Give-Away leider nicht mit dabei. Vielleicht beim nächsten Abo-Special. Wer weiß, vielleicht habe ich da auch mal ein Xbox. Okay, wahrscheinlich weniger. Aber mal schauen, wer weiß, ne? Egal, machen wir einfach mal weiter. Um überhaupt mitzumachen, beziehungsweise mit im Topf zu landen, müsst ihr einfach nur Hashtag NHW in die Videobeschreibung schreiben. Und in circa zwei Wochen werde ich dann einfach ein Video raushauen, wo ich die EU gesehen das Ganze auslose und den Gewinner bekannt gebe. Der Gewinner hat dann drei Tage Zeit, sich bei mir zu melden. Und dann klären wir auch das Ganze privat. Aber gut, Leute, was habe ich denn sonst noch anzubieten für die restlichen Leute? Vielleicht wusstet ihr es oder wusstet ihr es nicht. Ich habe hier ein Unlock-All-Service oder Booster-Service. Und tatsächlich habe ich in diesen Booster-Service auch was Neues eingebaut. Und zwar, Leute, gibt es für jede Bestellung, die ihr jetzt eingeht, ein Code. Und zwar könnt ihr diesen Code jetzt hier an dieser Stelle eingeben. Und mit diesem Code erhaltet ihr wirklich, egal bei welcher Bestellungsgeld, Level oder Fahrzeug ist, erhaltet ihr zusätzlich drei Fahrzeuge. Das erste Fahrzeug ist das Gogo Blister Monkey. Das zweite Fahrzeug ist das Mariachi-Auto. Und das dritte Fahrzeug, Leute, ist der Frankenstein. Diese drei Fahrzeuge erhaltet ihr kostenlos dazu als so gesehen Geschenk. Und Leute, dieses Event bzw. dieses Angebot gilt nur einen Monat lang. Das bedeutet, am 8.10. ist das Angebot natürlich von Tisch. Und der Code NHW-6000 verfällt dann natürlich. Ist ja klar. Also, Leute, falls ihr was bestellt und natürlich die Fahrzeuge mit haben möchtet, einfach nur NHW-6000 eingeben. Und ihr erhaltet das dann kostenlos zu eurer Bestellung dazu. Also, Leute, greift ihr dann zu, wie der Vorrat reicht. Zwinger, zwinger. Aber, Leute, ich würde auch noch mal einfach gerne sagen, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mich abonniert habt. Dankeschön, dass ihr mich so unterstützt. Ich erhalte sehr, sehr viele positive Rückmeldungen über meine Videos. Die Qualität, dass sie euch einigermaßen gefällt, um es letztlich nicht zu krass zu sagen. Aber ihr seid relativ zufrieden und das freut mich sehr. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, mehr gibt es auch einfach nicht zu sagen, außer Dankeschön. Deswegen bin ich einfach jetzt mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao. Ciao.